Hier hast du jetzt die perfekte Lösung für Arbeitskleidung oder im Endeffekt Jacken, die eben eine beschichtete Oberfläche haben. Ganz oft ist es so, dass wir einen Windstopper haben, der im Endeffekt wasserabperlend ist oder eben eine Softshelljacke, einen Regenschirm, die einfach sehr stark behandelt sind, damit du im Endeffekt nicht nass wirst. Und für diesen Zweck brauchen wir selbstverständlich einen anderen Kleber, somit eine andere Folie. Ich habe hier für dich die 3900er Nylonserie. Verwende diese einfach um Windstopper und Regenschirme und ähnliche Textilien, die einfach mit einer Schutzschicht beschichtet sind, wasserabweisend sind. Da kannst du die Nylonfolie benutzen. Aufgedruckt wird die, sag ich mal, bei etwas um die 150 Grad. Du kannst sie waschen mit bis zu 40 Grad. Ganz normal zuschneiden, da die Folie nur 85 µ hat, reicht ein normales 45 Grad Messer. Softshell und stark resublimierende Textilien kannst du mit der 5000er Serie bedrucken, denn die hat zusätzlich zu der Nylonvariante eben noch eine Blockerschicht. Sie ist zwar dadurch ein bisschen dicker, aber verhindert eben das Ausbluten bei eben stark beschichteten Textilien und du behältst dein reines Weiß oder eine reine Volltonfarbe eine ganz lange Zeit. Auch diese ist bis zu 40 Grad waschbar, etwas dicker, circa 150 µ. Das heißt, da schon mit einem Flockmesser arbeiten, sauber zuschneiden, Geschwindigkeit runterdrosseln. Bei der 3900er geben wir dir gleich mal 12 Farben an die Hand. Bei der 5000er Serie sind es aktuell 7 Farben. Ganz besonderes Gimmick bei dieser Folie ist, dass du sie bei nur 110 Grad aufdrucken kannst. Das heißt, sehr, sehr niedrige Temperatur, das ist extrem schonend für das Gewebe, verhindert natürlich noch mehr eben diese Resublimation, das Durchsuppen der Textilfarbe. Und somit kannst du da schon mit 10 Sekunden Druckzeit bei 110 Grad ein perfektes Ergebnis erreichen. So, kleiner Praxistipp von mir für dich. Bei imprägnierten und stark behandelten, wasserabweisend behandelten Textilien führe einfach, bevor du dich für eine Folie entscheidest, den Wassertest aus. Oder den Wassertest durch sozusagen, ja. Ich habe hier einfach ein bisschen Wasser. Das perlen wir hier drauf. Und dann siehst du relativ schnell, zieht das Wasser komplett ein, dann kannst du jede normale Folie benutzen. Hast du wie hier solche Wasserperlen, die so halb rund ausgebildet sind, dann kannst du die 3900er oder die 5000er Serie benutzen. Und sollte diese Wasserperle wirklich fast komplett zu einem Kreis sich gebildet haben, also wirklich, das ist ein Hinweis dafür, dass da eine sehr, sehr starke Blockerschicht drin ist im Textil, würde ich wirklich überlegen, ob du mit Flexfolien überhaupt ein standhaftes Ergebnis erzielen kannst. Da ist einfach die Sperrschicht so hoch, dass ich davon lieber abraten würde. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.